Ach, jetzt weiß ich, was es werden soll. Spiegelein. So, komm, Shit, ich darf jetzt nicht reinscheißen. Okay. Ich auch nicht. Ich muss jetzt echt mal performen. Ich muss jetzt mal abliefern hier. Lass mal nicht drüber reden. Na. Lass mal lieber nochmal neu machen. Ich habe nicht auf euch hören müssen. Ey, ich habe sie jetzt schon dreimal wegradiert. Ich kriege es leider nicht hin. Los, hau rein, Flo. Ich wollte kurz überlegen, ob ich euch noch was anderes überlege. Das wird gar nicht so gemein. Ach, du Scheiße. Das ist fucking gruselig. Oh mein Gott. Ich würde da baust. Ja, also, gute Runde. Mhm. Kann ich was rückgängig machen? Ah ja. Ja, ja, klar. Ach man! Wenn ich nur ein Gefühl für Schatten hätte. Keine Ahnung. Was ist es? Ach doch, ich bin doch ganz zu viel. Ja, ich auch. Die Runde ist zu Ende, bevor sie angefangen hat bei mir. Nice an denen, der das Bild kriegt. Also, falls meins einer erkennt, ihr dürft versuchen zu verschönern. Meins bitte im Ursprung lassen, ne? Ich weiß nicht, wo man nicht, wo hier Lücken sind. Tare, die Zeit ist gleich oben. Aufpassen. Also, nicht das. Ja. Oh, scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein. Geil. Ey, das ist super cool. Oh mein Gott, wie soll ich das denn malen? Ähm. Was ist... Was? Okay. Wieso malen die alle so süße Dinge? Was, was, was hab ich denn gemalt? Man muss sich ein bisschen beeinflussen. Hatte das Augen, Schild? Das hat Augen, oder? Ich finde tatsächlich, dass das für die Vorzeichnung, die ich bekommen hab, gar nicht so schlecht ist. Ich glaub, das hat Augen. Das ist ein Mund. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht mehr, wie das gemalt wird. Ja, das tut mir so leid. Völlig weg einfach. Welche Details fehlen? Ja, ich glaube, so ein sehr hartes Haus. Alle Details, aber... Oh nein. Irgendwie sowas? Also, man kann noch erkennen, was das mal war, oder was das sein muss. Ich weiß nicht mehr. Nein, nein. Oh nein. Felix ist nicht entweiter. Tut mir leid. Nein. Oh nein. Komm, es war doch alles so stark. Es ist viel zu schnell. Oh nein. Oh nein, ich hab was vergessen. Oh fuck. Oh, wie süß. Oh Gott. Wir müssen es genauso malen wie der Vorgänger, ne? Versuch. Ja, also es geht um den Versuch, ne? Es tut mir unfassbar leid. Ich hab einfach vergessen, was ich gerade gesehen habe. Ich hab's auch nicht ganz im Kopf. Ich weiß nicht, was ich... Oh mein Gott. Es... Oh mein Gott. Es... Es tut mir unfassbar... Oh, ich hab was vergessen. Oh... Ich finde... Wie könnt ihr denn immer noch so gut malen? Oh nein. Ich... Ich... Ich glaube, ich hab auch vergessen, was ich gesehen habe. Ich auch. Oh nein. War da ein Auge? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, da war... Warte, 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 warte. Ich bin nicht so schnell. Bin nicht so schnell. Ich hab keine Ahnung mehr. Hihihi. So was? Boah, stark. Ach du Scheiße. Bin mir nicht sicher. Haben wir das gerade gesehen? Was zum Fick? Aber ich glaube, so was haben wir gesehen gerade. Also ich glaube, wir haben sogar genau das gesehen. Wie klein. Also irgendwer will mich doch trollen. Bestimmt nicht. War das so? Keine Ahnung, was das alles ist. Also irgendwie will ich doch komplett trollen. Okay. Aber lass uns richtig rumgucken. Oh nein. Oh nein. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Das tut mir auch sehr leid. Das ist so süß. Oh, der ist ja krass. Ich hab's nicht. Es tut mir leid. Ich hab einfach nicht. In meinem Kopf war einfach... Oh, der ist auch noch krass. Ich hab mir das versaut. Ach so sah das. Ich hab da irgendwie eine Oma rausgemacht. Ja gut. Das erklärt, was bei mir angekommen ist. Wieso erklärt mein Bild? Ja. Oh nein. Ja, keine Zeit. Ja. Ja, okay. Wie die Farbe hat auch... Ah, nicht so schnell. Entschuldigung, Entschuldigung. Alles gut. Wie die Farben auch einfach dann verwechselt, ne? Ähm, dreimal neu gemalt von Schnur. Ja, ich hab's versucht. Das ging nicht. Bei dem Bauch hab ich nicht. Ich hatte keine Zeit mehr. Das ging so schnell vorbei. Ich wollte noch Orangene. Aber einfach... Das war das letzte Mal. Oh, das war das letzte Mal. Oh, das ist immer noch. Hier, ich fand die Idee ganz nice. Aber das... wie sind die Arme plötzlich weiter. Es greift nach vorne. Oh, wie süß. Aber es ist ein Glumander geblieben, ne? Ja. Wie schon. Ja, voll. Das ging durch, ja. Eindeutig. Oh, wie süß. Das ist schon gar nicht schlecht. Ich hab alles gegeben. Ich hab auch alles gegeben. Aber guck mal, das wurde wieder besser. Das wurde wieder besser, ja. Ja, aber am Ende war es wieder weg von mir. Ja, ich hab's auch nicht so gut umgesetzt. Und? Also das schon. Der meins ist dann das... Warum siehst du so unglücklich aus? Ja, voll aus. Das ist das Hello Kitty Logo. Ja, das war das Hello Kitty Logo. Sorry, sorry Bruder. Ich war ein zweites dran. Sorry. Fuck. So ein Teufel. Oh Gott. Oh, sorry. Sorry. Das hab ich mal gekannt. Das ist alles gegeben. Alles gegeben. Das war sogar richtig gut. Von dann und dann. Ja, wie willst du uns nachzeichnen in so kurzer Zeit? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mein größtes Bild. Mein Bild war leider schon von Anfang an kurz. Zumindest haben wir uns bei Kami dran gehalten. Ja, ist so. Ohne den Vergleich zu dem von Kami wurde es halt wieder besser. Also es ging in eine gute Richtung. Oh, geil. Mega geil. Ja gut, lass das doch mal weg, Pia. Es tut mir leid. Okay, jetzt ist es komplett weg. Ich wurde noch eingefallen. Oh nein. Oh nein. Hallo. Warum ist das jetzt ein Baum? Ja. Sorry, ich hab den Regen zerstört. Der Baum hat einfach ein Feuer. Oh Gott. Oh, ist das gut. Oh, das ist auch krass. Ich weiß gar nicht, was ich da gemeint habe. Alle leid. Das war süß. Ja, aber da war es auch noch nice. Ach, jetzt weiß ich, was es werden soll. Spiegelein. Kami, dann leg mich doch einfach am Arsch. Ich konnte mich nur noch an eine Spinne erinnern. Ich hab leider vergessen, was du gesehen hast. Ja. Ich konnte mich nur noch an die Spinne erinnern. Ich hab wieder einen Arm gekriegt. Ich hab nur noch an die Spinne gedacht. Das ist eine Nase, keine Spinne. Ich dachte, das wäre eine Spinne gewesen. Ist ja wahnsinnig schön. Das ist ein Drache, oder? Geil. Ja. Spaß.